Dann like gerne rein, abonniert den Kanal und schreibt unten in die Kommentare, was ihr alles richtig hattet oder so, ne? Favorisiert und vergesst nicht. I'm going to tell you the name of a champion. You need to tell me what year that champion was released. Easy, easy. You get two guesses. Zyra. Surprise! 2011 This test is brought to you by PrizePix. Check them out in the description for a fun way to play games while you watch worlds. That is an old champion. It's pretty early because I remember they were playing really Sony competitive in the first worlds. 2013 2013 Yeah, fake English. 2013? No. Tindren is a very old champion. 2014? 2014 I will say 2014. 2014? I had recently we're talking about with Mitty. He said like he was Zyra God and when she came out, she was really OP and people were playing her mid lane. And then Yellow Star started playing her support. I mean, Sony 2 is probably 2012. 2012? 2012? Yes. That's old? Yes. Camille. Camille. Camille like... It's season 6? 2016. 2015? No. Shit, it's so hard. Camille like... 2017? Oh, close. I got close. I got close. I got close. I got close. With Poppy Maokai. And was Camille in the game? Camille would probably win against those champs hearts, so they would probably not be meta. So maybe Camille, season 7, 2017? No. It's the first time, that Travis said something, why it's so... So with the giga-smarting, this GIF, this woman, this guy, that's just like home. No. Season 7, 2017? No. Yeah. 2016? Yeah. 2016? Nice. Nice. No, 2016. Okay. Thrash. 2012. No, 2011. 2011. Willst du noch Gozu Pepper, aka Edward, der Thrash Prince? Der hat den 2012 schon gespielt. Also muss 2011 Thrash rausgekommen. Der hat was like Madlife, doing some fresh looks. Wir sind alt. Äh, I feel like saying 21st team, but I always said 2012. Ali, see. Was hast du Cap gesagt? I feel like saying 21st team, but I always said 2012. 12 ist falsch, also 11 ist richtig. 2012? No. Arlin, yeah. 14. 2012? Arlin, Julian. Arlin, yeah. What's up? Holy shit. I think... Season 3 is 2013. I would guess it was Season 3, because he's kinda old champ. I remember seeing him on the old map as well. So 2013. Correct. 13. Nice. 30. 30. Okay. 2013? Nice. Nice, Velka. 2013? Nice, Velka. Yes. Sorry. You trusted yourself. 20. Ah, 14. Ah, wait. 2014 and 2016 were the fucking Sunfire Meta. 2016 had Echo also made World Speed. Also, it must be 14, or was? 12? Is Echo 2012 so long ago? No, it's 14, right? It's 14. It's 14. It's 14. It's 14. I would say 2018. No, actually, it's super late. I think I used the last last game on the W3-0 in the last game of W3-0. I think this is the last game of W3-0 in the last game of W3-0. Yeah. Arlin, you see. 14 is wrong. No, it's 21. Oh, it's 21. Okay, I'm not sure it's 2016, but I would say 2015. Yes, that's correct. What?! Man, I thought I was right. I think everything was wrong. I think everything was wrong. 15? 2015. 2015. 2015. Yes. Nice. So speed? I mean, this time I feel like 100 years, but... 2022 November. Cassante, Cassante. Cassante, Cassante, 20, ah, 2020, ah... 2023. 2021? Guesante, ist... 2020, ist... 2023. Das ist das確定. 2020? 2022? Das ist nicht 2022, ma. 22. Ich glaube... Deswegen habe ich's gemerkt, der Champ wurde mich rausgebracht, als das große IT-reword doch Carmel Jugshow und so. Und er war on release richtig scheiße Cassante. Aber er wurde quasi mit dem gereworkten Ice-Spawn und gereworkten Jugshow oder so im Hinterkopf oder gebufft und dann designed. Und als dann quasi einen Monat später die Season zu Ende war und die Pre-Season begonnen hat, war Torpope und seitdem er immer gespielt hat, in anderthalb Jahren hatte er über 70% Präsenz im Pro-Play und so. Und ist obviously ein bekannter Charakter. The Missing Link Wann wurde der Missing Link released? Glaube habe ich den NAR-Lock-In-Skin gesehen. Ich habe 2013 angefangen und ich meine, nein. oder? Gab es noch keine Lock-In-Screens mehr? Also auf jeden Fall ist er zu jung um 2011-12 zu sein. Also er muss eigentlich nach meinem Anfang rausgekommen sein. Also schätze ich mal so 15, I guess. Just putting it out there. 15? Hmm. Early, early, 2015? 70. Maybe not in Season 4, Outgast Season 5? Ich meine, NAR. NARs scheint nicht sól als Season 4-Präsen. Es scheint ein Season 5-Präsen. 2015? Nein. 2017? F***! 2015, 2013. 2001! 2016? 2015? 2015. Ich glaube, das letzte Angler war wie die Spiel애ung von NARC sollte 2014 sein. 2014? Ja. 2014. 2015? Nein, 2014. Okay. 2015? Nein, 2014. 2015? Nein, 2014. Okay. Okay. YouTube. Es ist nämlich ein megaes Video mit Caps, wo auch die ganze Zeit Caps irgendwas random sagt. Dann fängt man so zur Seite und dann so, okay, jetzt mal. Ivan. Ivan. Oh, dieser Baum-Pedo. 2016. Confidence Call. Ich habe keine Glocke über diesen. Ich weiß, es ist nicht so late. Ich würde sagen, 2014? Nein. 2011. 2016 ist wichtig. 2011. 2019. 2018. Ja. Ich habe ihn bereits in der Saison 6 gespielt. Ich glaube, ich will das erst mal was richtig. Das erste Mal gleich. Er war in der Saison 5 Champion. 2015. Ja. 2019? 2018, oder? Ja. Das ist 2020. Das ist 2020. Das ist 2020. Das ist 2020. Du denkst, Ivan ist neu? Ah. Ich finde, er ist sehr neu. Das ist eine Delusional Show. Denn ich habe in der Saison in der Saison. 2018. 2018. 2018. Er kam in 2016. Das war ein europäischer Baum. Ich glaube, er kam früher. Es ist auch ein Baum, der ganz viel gewandt wird von den asiatischen Teams. Gegen FlyQuest und auch gegen D2 und auch gegen Yoja und auch gegen Rasog. Weil einfach irgendwie alle westlichen Genre lieben Ivan. Alle asiatischen Genre hassen ihn. That being said, dieses Jahr hatten wir auch eine kleine Periode, wo die Koreaner Ivan gespielt haben. Er war nach zwei Wochen wieder weg. 2014. I win 16. 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 I win 2016. That is correct. I win 2016. Nee, warte! 19. Ich war noch Pro Play, da gab tools sie noch nicht. 2022 hab ich Miracle on mit der anderen Gwen gespielt, also ist sie entweder, ja, oder sein 2020 rausgekommen, aber ich bin erst am 4. Dezember in Rente gegangen, deswegen gibt's nicht Sinn, ich würde τα schon gespielt, also musSc 2021 sein. Es muss 2021 sein, per Ausschlussverfahren. Gwen kam aus 20 Jahren. 2018? Ja. 2019. Oh, das ist wahrscheinlich neu. Ich würde sagen, 2020? 2021. Und wenn ich nach Wernay kam, glaube ich, dass sie ausgelöst wurde. Also es sollte 2022 sein. 2019. Ich dachte, ja. 19. Ja. 2019. 2020. 19? Ich bin schon wieder. 20 Jahre. Ich bin 2020. Ich bin 2020. Ich bin der erste. Ich bin der erste. Ich habe das jetzt benutzt. Ich bin der erste. Ich bin der erste. 2021. 2021. 2021. 2021. Ja. Ich denke, das ist das Ende des Jahres. 2021? Ja. Ja. Ich muss das noch einmal vergessen. 2012. 2021? 2015. Ja. 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 Jassou war in meinem ersten Spiel, so er hat sich immer wieder gewonnen. Ich denke, er war der Mann in den letzten Jahren. Er war definitiv in Saison 4, also ich würde sagen 2013. Ich erinnere mich an Faker, als er mit Stadik zu spielen hat. Ich glaube 2013. 2013. Ja, richtig. 2013. Wissen Sie, wie stolz er war? 2013. Ja, richtig. Ja, richtig. Ja, ja. 2013. Wie ist es? Ich weiß nicht, es kam raus, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich mag das. Ja, das war so. 11 Jahre. Na und so. Seid ihr, wir sind wieder zurück, Leute. Seid im Release. Back up, ever since. Caps hat 14 richtige. Caps ist so smart, Inspired auch. Aber Shaohu hat doch eine gute Erklärung gegeben. In 2. Ehrlich gesagt auch. Felge hat noch 9 richtige. Locher! Und was habe ich richtig? Camille 1. Gesandte 2. Ein war glaube ich 3. Gwen war richtig. Er wird 4 geschafft. Ich bin ja so fucking bad. Dabei habe ich in Lolde eigentlich immer gesmurft. Aber ich merke immer bei Lolde die Daten nicht. Um jetzt kurz zu beweisen, dass ich in Lolde actually smurfe, machen wir jetzt auch Lolde. Denn, äh, kann ich sagen, dass ich nur so wenige Sachen wusste. Das ist ja absolut gegen meine Mente. Wir machen einfach nur Classic. Und direkt, wenn es jetzt nicht First Story ist, dann bitte den YouTube-Kanal deabonnieren. Ehrlich, bitte nicht den YouTube-Kanal deabonnieren. Aber nur ganz kurz. Um mein eigenes Mente zu hinterfragen. Okay. 2010 plus männlich. Mana und probably Midlane, weil es kein... Weil es halt... Ich glaube, es ist Velkos. Ich glaube, es ist Velkos. I mean, I'm just saying. So, I'm just saying. Also, die Daten kann ich mir vielleicht nicht merken. Aber einen männlichen Monster-Midlaner, der nicht menschlich ist, gibt es nur Asir und Velkos, weil Cerat älter ist. Also, es ist 50-50. And we just go for it, you know? We just go for it. Also, ihr müsst den Kanal gerne abonniert lassen. Danke fürs Zuschauen. Grüß dich raus.